I went to sleep, and I woke up dead, but I changed my mind, and I want to live my life Willkommen zurück hier jetzt beim Duell zwischen dem Erzähler und Sheriff Pat Garrett, ne wie hieß der, keine Ahnung, egal Halt dein Gegner mit der Maus im Fokus Rechts unten sehen wir die Leiste, Fokus Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen, ziele mit der Maus und schieße damit linke Maustaste Nein Boah Pat Garrett Seht ihr, also Die wird manchmal falsch erzählt, und dann geht's zurück, oder der ändert auf einmal was in der Geschichte, oder so Oh Step inside And Last thing I heard was Garrett's voice That's not Billy And go on, how did it end And Boy, that was just the beginning Ehrenhaft getötet Duell, Pat Garrett Ah, okay Also, ich hatte den halt auch mal die Waffe, äh, glaub ich Also, ich hab ihn mal entwaffnet, irgendwie Irgendwie sowas Scheint fast ein bisschen zu leicht gewesen zu sein Zu Schwierigkeitsgrad schwer wechseln Neee Das trau ich mir wirklich nicht zu, also, ich kannte ja das Level auch schon Ich bin ja auch schon fast gestorben, also Also, was ist passiert, hat Garrett dich getötet? Ja, nachdem ich zu kommen Ja, nachdem ich zu kommen Bistur hat mich mit seinen Kult Ja, von wegen, äh Die werden noch sehen Die werden noch sehen Niemand hängt Billy the Kid in seinen Komplizen Hell yeah Es ist wichtig, zu wissen Ich war nur mit Billy So, ich konnte den Bistur, den ich nachher war Ja, ich will sehen Er war von John Kinney's Gang Und sie wurden Ja gut, dann setze ich mich hier mal hin Ja gut, dann setze ich mich hier mal hin Oh, da kommt jemand Danke, Mann Mein erstes Urlaub war, um ein Feuerwehr zu finden Oh, nice Ich lasse das jetzt einfach mal zu Glücklich ein Lieblingsberater von Bob Olingers Schmerzen Schmerzen Ich sah Billy durch das Fenster Und er brachte, dass ich mich an den Rücken zu nehmen Um meinen Gehen zu machen So, ich gehe So, ich gehe Du wirst niemals Kugel sicher, aber du kannst mehr aushalten, ungefähr jede vierte feindlich Kugel aus einer kurzen Laufzeit von dir, ja. Wird man halt ein bisschen stärker. Boah! Hell yeah! Die Skater-Gun war wie ein double-barreletes Halwitzer. Es könnte einen Mann von seinen Füßen entfernen. Das ist ein Schmerz. Oh! Na? Wer will? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Die Schmerzen von überall schauen. Ich kann nicht die Schmerzen weg. Oh mein Gott! Habt ihr jemanden gesehen? Ich musste von Ruf zu Ruf gehen, wie ein verdammter Alley-Kattel. Ich folgte die Planker, wo ich konnte. Wow! Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, hier. Der Aris wird unseren Ruf! Ich kann nicht weit entfernen! So, dieser Böse, den du nachher bist, was hat er gemacht? Er hat mir und meine Familie einen schrecklichen Fehler gemacht. Aber ich wusste, dass wenn ich ihn nie gefunden hätte, dann hätte ich meinen immer liebenden Ruf aus. Ah, ne. Ich habe versucht, zu schmerzen und mich über den Weg durch. Diese Stadt hat keinen Moment mehr Zeit. Ich habe versucht, zu schmerzen und zu schmerzen. Let the feed begin. Ja, dann nochmal gucken. Da lang, oder? Na? Vielleicht sollte ich echt den nächsten... Boah, das Wasser ist eigentlich ganz cool. Das ist nicht so, dass er in der Stadt nicht mehr hat. Siehst du, ich und die Kinder haben eine bestimmte Gleichheit in Bild und Farbe. Das ist das, warum ich den Dämpferd von Bob'n schmerzen Schmerzen hatte. Sie schießen in der Straße! Ich bin hier! Oh, hier ist nix. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Oh mein Gott. Habe ich den gar nicht getroffen. Oh nein, nicht hoch, weil da ist er. Oh. 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 Oh, jetzt habe ich nicht Probleme. Oh, noch mal hier nachladen und oh. Hier lang? Jawohl. Haha. Ich denke, du solltest mich gehen lassen. Und er sagt, ich glaube nicht so, Junge. Nicht mit meinem Schuss. Also standen wir da, in der Mitte der Straße. Augen zu Augen. Er wollte mich töten und ich wusste, dass ich keine Wahl hatte, aber mich zu retten. Ich bin nicht mit meinem Schuss. 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 Natürlichiler war´s für nichts. I denke ich bin nicht mit meinem Schuss. zu Hause ging. Ciao.